Das Wichtigste für mich ist beim Kindergarten, dass man den direkten Zugang einfach zum Megafon der Gesellschaft hat. Die Kinder sind am offensten, die Kinder interessieren sich für alles. Die Kinder müssen nicht begeistert werden, die müssen nur quasi in ihrer Begeisterung unterstützt werden. Die Kinder sind einfach. Und wenn die Kinder von uns begeistert sind, dann erzählen sie es den Eltern und den Großeltern. Die Kinder ziehen Synapsen zwischen dem, was sie hier im Garten mit uns erleben, was sie im Garten sehen und dem, was sie vielleicht aus dem Omergarten, dem Elterngarten kennen. Sie fangen an Fragen zu stellen und sie fangen an zu hinterfragen. Und das ist das Allerwichtigste. Weil wenn wir keine Gesellschaft mehr sind, die hinterfragt, sondern nur noch Gesellschaft sind, die konsumieren, wurscht ob ich jetzt im Supermarkt oder ob ich Ideen konsumiere, dann bewege ich mich mit Sicherheit in die falsche Richtung. Darum ist das Kindergarten als Projekt, als Prozess für mich essentiell für uns als Gesellschaft.